Ich sage mal, wenn ihr gute Sachen in der Online-Bewerbung da reinschreibt und nicht irgendwie nichts da zum Beispiel reinschreibt, was auch vorkommt, dann würde ich mal sagen, wie ist das? Es ist wie das Zünglein an der Waage. Wenn dann zwei Sachen gleich sind und wir verstehen besser, mehr über die Person, über das, was sie uns dort geschrieben hat und mehr, wie sie über Spielen denkt, als die Person, die dort von sich nichts bekannt gegeben hat, dann nehmen wir die Person, die Auskunft gibt über sich selber und sich damit Mühe gegeben hat.